Ich hatte schon mal eine, die hat sich die Regenwürmer immer so hingelegt und dann hat sie sich mal daneben gelegt. Das ist wie auf dem Teppich. Mach mal aus, Nellie. Da, aus. Amen. Das ist wie auf dem Teppich. Das ist wie auf dem Teppich. Du Teppich. Kaffee Das war's für heute. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020